Hallo und herzlich willkommen und ich mach gleich schnell zu einem neuen Let's Play, was aber eher als letztes Fail abgestempelt wird. Ich entschuldige mich schon mal vorweg für die eventuell zu laute Musik. Ich weiß nicht, wie ich es noch leiser stellen soll, weil es ist zwischendurch wirklich mal laut. Ich hoffe, man hört mich gut genug, wenn nicht, dreht mal irgendwie was runter, weil die Musik manchmal wirklich ziemlich krass laut ist. Jetzt zum Beispiel tut es nicht so laut sein. Für mich ist es nicht, weil ich hab es bei mir relativ leiser gestellt, aber für euch, weil ich kann das mit dem Aufnehmen nicht regeln. Tut mir leid, es gibt auch in-game keinen Sound-Leise-Stell-Button. Aber gut, wir spielen Tohru. Das ist der sechste Teil, heißt The Embodiment of Scarlet Devil. Ich mach einfach mal los. Ich werde versuchen, den Easy-Mode zu schaffen, was mir, denke ich, nicht gelingen wird. Es gibt Easy, Normal, Hard und Lunatic. Das ist so ein Shooter-Spiel mit Mädels. Ich kenn mich mit der Tohru-Sache nicht so wirklich aus. Ich hab das Spiel auch nur durch einen Freund kennengelernt. Und ja, wir haben die Auswahl zwischen Raimu Hakurai und Marisa Kirisame. Kirisame, egal. Ähm, ja, ich nehm Raimu. Jetzt kann man nur aussuchen, wie sie angreifen kann. Spirit oder Dream? Ich nehm mal Spirit. So. Ah, schießen. Würdest du mal schießen? Da. Ich spiel mir die Tastatur. Geht auch mit dem Gamepad. Ich hab natürlich, ich hab ja hier einen, klar. Das ist Playerinnen und kein Gamepad. Ha! Oh Gott, ich hab das schon wieder verlernt, wie das Spiel geht. Spielt man ein paar Zacke, Hyrule Warriors und Curtain Collins und vergisst man alles. Ja, was ist unser Ziel? Wir müssen hier alle mal ausweichen, was die so schießen. Da kommen dann auch, ne, in jeder Stage, äh, ein Boss. Die haben es meistens richtig hier krass drauf. Also die sind richtig hardcore. Boah. Singel sammeln wir besser mal ein P. Da ist unser Boss, glaub ich schon. Mal fokussieren, damit sie mehr Schaden kriegen. Wenn sie nicht mal abrunden würde. Hier im sechsten Teil ist noch doof, dass man unten, unter meinem Charakter nicht, äh, normalerweise so ich das kenne aus älteren, aus dem Nachfolgeteil, steht da unten drunter Enemy. Also man weiß, auch wenn man nicht auf sie guckt, wo der Gegner sich befindet. Das ist hier nicht mehr so. Also es ist hier noch nicht so. Aber, ne, nicht mal auf mit klarkommen. Gut, die P's hier sind für die Energie, die eigene Power. Ihr seht auch schon, dass sich der Strahl von Renu hier vergrößert hat. Also der Angriff ist jetzt stärker. Oh, ich will nach oben. Ähm, die blauen, glaub ich, für die Bomben. Bomben sind Späteleingriffe für sowas Charakters. Warum hör ich eigentlich das Schießen nicht. Das Hões durch Schüsse. Okay, das ist merkwürdig. Man sieht man sehr auch, wie ich jetzt zu Schießen hören von Ihnen. Okay. There are only a few evil spirits out during the day, so I tried at night for once, but it's so dark I don't know where to go. Still, it's so romantic in the temple yard at night. Carefree Ich bin aber nicht zu essen, klar? Hast du das gesagt, gute Medizin schmeckt meistens wirklich nicht gut? Boah, das ist schon nicht gut Ich werde nach jedem Part, nach jeder Stage einen Part cutten Das bietet sich einfach an Die wird hier gleich weg sein Außerdem muss ich immer mal wieder auf meine Festplatte schauen, wie Platz noch bleibt Ich werde den Easy Mode versuchen durchzuspielen Und den Rest kann ich mal zeigen, aber ich denke nicht, dass ich weit komme Die letzte Phase, die je weiter man im Spiel kommt, desto mehr Energie haben die Gegner natürlich Ich sollte nicht so viel erzählen, ich sollte drauf zielen Geh mal, kaputt, danke Ist sie weg? Ja, sie ist weg Well, you wouldn't know if it's good medicine or not, unless you drink it for yourself So, clear, ich habe nichts weiter verbraucht Was gut ist und ja Ähm Bis zum nächsten Part bei Toru Bis dann Bis dann Bis dann Hallo